Was grundsätzlich vielen Menschen gar nicht bewusst ist und vor allem auch bewusst wird, ist der Punkt, die Anstrengung. Wie anstrengend etwas für einen ist. Das liegt immer grundsätzlich, immer daran, wie schwer du dir das machst. Und wenn du dir eine Aufgabe jetzt vor Augen führst, um dir zu sagen, ich mache mir das verdammt schwer, weil ich da richtig bewusst mich hineinknien muss und ich gucke nicht auf die Uhr, ich schaue nicht auf die Situation, wie ich das richtig schön aufbauen kann, mir ist alles komplett egal, Unstrukturiertheit oder, 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 dann wird das ganze Ding überhaupt nichts. Und wenn du das als Grundlage dir aufbaust, um dir zu sagen, das ist für mich überhaupt nicht die Rede wert, dann kann da nichts mehr rumkommen. Dann ist das auch nichts, wo du dich tiefergehend und vor allem langfristig darauf konzentrieren wirst, weil das funktioniert nicht. Und das ist grundsätzlich die Herausforderung, die sich viele Menschen machen. Sie machen sich alles in ihrem Leben viel zu schwer, egal ob es der Umgang ist, mit dem sie dann zu tun haben, oder aber alles, was wirklich mit einfließt. Du kannst grundsätzlich alles, was du machst, so schwierig aufbauen und fragst dich aber gar nicht, was ist denn da überhaupt der Hintergrund. Und wenn du da nicht dir darüber im Klaren wirst, weil du nicht diese Fragen im Voraus stellst, dann baust du diese Schwierigkeit immer wieder damit ein und du wirst nicht die Möglichkeit haben, daraus den Weg zu finden und den wirklichen entscheidenden Lösungsansatz dir aufzubauen. Und das ist etwas, da solltest du mal dran denken und das umsetzen in deinem Leben. Bis dann.